Hi und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Es freut mich, dass du dieses Video geklickt hast. Ich bin die Jessi, falls du mich schon kennst, falls nicht. Hi, ich bin Jessi. Natürlich, dass du kein Video verpasst, kannst du natürlich gleich auf Abonnieren klicken. Und ja, wir machen heute TikTok-Tänze. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich sehr drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ja, dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Also ich würde sagen, als erstes machen wir das, weil das ist einfach. Echt? Du kannst ihn ja eh voll. Ja, kann nur. Warte. Es ist viel zu schnell. Okay, okay, okay. Pass auf, wir machen das jetzt so. Hey, ich hab's geschafft. Okay, okay. Alter, du bist ja voller ein guter Lehrer. Nice, 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 yeah, let's do it again. Mama, mach mal nicht so viel, wie ich bin wie ein Pinosaurier, sondern mach mal. Mit dem Box-Train, weißt du? Ja, genau, so ähnlich. Ich mach das mal ehrlich schon. Hey, hey, hey. Nice, nice, hey. Stop it. Get some help. Nice, nice, hey. Let's do it again. Let's do it again. Und dann machst du so, 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 so. Boah, ist das wieder? Und dann gehst du drauf so und hu. So schnell, Junge. Das macht halt keinen Sinn, du weißt, ne? Weil der tut Junge da schneller und dann macht es das Ausleg. So, jetzt langsam. Oh, ich hab's gemacht. Jawoll. Also, das ist voll easy. Vielleicht, weiß. Ach, mach jetzt, mach jetzt, mach jetzt solo. Ich hab solo. Ich hör auch nicht, wie das ist. Ich hab's da einfach irgendwie drauf. Wird so schnell. Ich geb mir jetzt schon auf die Eier. Alter, wieso? Das ist das Einfachste. Okay, ich zeig's dir. Mach die Musik aus, das job jetzt nicht. Dann so, dann machst du so wie Macarena eigentlich. Nee, guck, du machst so. So. Und machst nur so. Ach, das stimmt. Komm mal, ich weiß nicht. Dann machst du so, so, so. Dann machst du einmal so. Und dann gehst du nur noch so und so. Genau so. Das sag ich nicht, aber okay. So, string it. Also. Okay. Nice, 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 no. So. Let's do it. Yeah. Okay. Dylan, oh no, one. Nein. Au. Nein, 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 nein. Nee, du warst nur hier. Ach, du weißt. Du warst es fast. Ah, fuck. Oh. Okay. Ah, so muss ich machen, ne? So? Und dann einfach nur noch runter. Ah, nicht ganz. Okay. Du bist Profi. Alles. Nice, nice, no, no. Let's do it again. Das muss noch heiß. Spaß, ohne Witz. Nächste, wenn wir uns begrüßen. Einfach nur so. So, ich stelle ich mal hin. So, Freunde. Nice, 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 no, no. Let's do it again. Oh. Oh. Wuh. Nice, 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 no, yeah. Let's do it again. Oh, we need to know what I'm doing. Oh, we need to know what I'm doing. Aus. Meine Freunde auf Ansage. Wir schaffen das. Okay. Let's go. Nice, 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 no. Let's do it again. Oh, we need to know what I'm doing. Das ist auch immer so gut, ne? Nice, 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 no, yeah. Let's do it again. I'm gonna do it again. I'm gonna do it again. No, man muss nicht ganz so schnell machen. Ich gucke es noch raus. Jetzt mach's nochmal nach oben. Komm. Komm. Ich mach jetzt hier erst einmal die Nerven an. Wir sind gar nicht sehr... Hey! So, und das nächste ist... Alter, es ist warm. Ich hab was schon weg. Okay, ich zeig's dir. Okay. Also, das... Throw it back. Nee, wie du throw it back? No. Nein. Ich weiß nicht, wie es anfängt, der Song. Und dann machst du... Let me see you... Also, let me see you do... Nee, let me see... Oh, wait. Let me see you do a split on that. Ja. Let me see you do a split on that. What? Ich hab's nicht mehr. Ey, ich fang viel später damit an. Warte. Ey, das kann man schon. Oh, wie soll ich das bitte... Okay, du mach's einfach so hier. Du schoest einfach. Weißt du so? I'm moving too bad. Jetzt umstreifend. Warte, du streifend? Und so? Du schoest einfach. Ich hab's nicht mehr so... Ich hab's nicht mehr so... Ich hab's nicht mehr so... Wie soll ich das bitte? Ah, ich hab's nicht mehr so... Alles klar! There you go! Cologne! 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 Alter, lass doch bitte das... Okay, mach mal so. Boah! Alter, muss ich so konzentrieren? Eigentlich nicht. Ich hab fast wieder Schule, Alter. Ich hab nie verzisst diese Kacke hier! Mach mal so, okay? Ja, aber das geht ja nicht! Okay, gib mir deine Arme! Mach mal so! Mach mal so! Ja, aber das geht ja nicht! Okay, gib mir deine Arme! Mach mal so! Ah fuck! Was? Immer wenn ich Lüste mache, will ich gleich so machen! Nicht erst so! Okay, mach mal so! Nein, wirklich! Das war richtig gut! Wir sind gut! Ja! Alles! Ja! Halt mal! Ah! Mit den Jungs! Warte, hast du mir schon gezeigt, ne? Ja! Ja! Haben wir da vorher noch nie gemacht! Und Savage hat sie mir auch beigebracht! Mal gucken, ob ich das noch kann! Zawage! Ja! Ja! Ich hab das hier nicht so gemacht! Ich hab das Video gesehen! Ja! Ich hab das Video gesehen! Ich hab das Video gesehen! Ja! 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 Nessie 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 Oh, okay. Okay, was macht ihr da noch? Eier. Das ist viel schneller. Eier. Tschüss. Geht es noch ein bisschen schneller, bitte. Okay, okay, okay. Ich habe es noch. Okay, geschafft mal, geschafft mal. Oh, das ist nicht schön, das Lied, aber ich habe ja nicht. No, 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 no. Was macht die denn? Die macht keine Welle, die macht nur irgendwie so. Ja, die macht so. Komm, die geht ja mit an und so irgendwie so. Beredet einfach irgendwas. Du schnippst sie nun mal kurz. Wieso schnippst sie vorne und hinten? Wann soll die hinten schnippsen? Ja, wenn sie so macht, dann soll sie doch auch so arbeiten. Macht sie doch so. Ja, aber wieso? Das ist halt so smooth, bei uns. Wir schauen mal schon, dass wir gut machen. Okay. Sie sind so komisch aus. Okay, lasst es mal drauf. Also ein Workout ist jetzt eigentlich schon. Fertig, Leute. Jawohl. Hast du schon Intro gedreht? Ja, vorhin. Und Outro? Ne, was mache ich jetzt? Halt, ich bin so fertig. Ich habe mein Workout für heute auf jeden Fall erledigt. Also, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich muss erstaunlicherweise sagen, manche Sachen waren echt viel einfacher, als ich dachte. Aber die haben ja noch schwerer. Ja, die haben ja einfach was gibt. Aber ich hoffe auch, dass ihr Spaß hattet. Und, ja, folgt mir auf TikTok. Juhu. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Abonnieren. Daumen nach oben. Den ganzen Krimskrams, das kennst du ja. Und ja, dann bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Tschüss. So much. Ja, man hat auch. Ende. Aus. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh.